Die italienische Regierung bemüht sich angesichts steigender Infektionszahlen um eine stärkere Verbreitung der Corona-Warn-App Immuni. Die App soll bald in der Lage sein, mit ähnlichen europäischen Plattformen in Kontakt zu treten. Damit soll der Datenaustausch im europäischen Rahmen im Kampf gegen die Epidemie gefördert werden. Die Warn-App, die bisher von 7 Millionen Italienern heruntergeladen worden ist, soll daher auch bei Auslandsreisen helfen, Kontakten zu infizierten Personen nachzugehen. Immuni wird bis zum 31. Dezember 2021 funktionieren. Danach sollen alle persönlichen Daten gelöscht werden. Die App ist vom Mailänder Hightech-Unternehmen Bending Spoons im Auftrag der Regierung in Rom entwickelt worden. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen in Italien verschärft die Regierung von Premier Giuseppe Conte ihren Kurs im Kampf gegen die Virusausbreitung. Das Kabinett will eine allgemeine Pflicht zum Tragen vor Corona-Schutzmasken in ganz Italien erlassen. Bisher gilt die Maskenpflicht lediglich in vier der 20 italienischen Regionen. Außerdem sollen Menschenansammlungen dringend vermieden werden. Rom werde die Kontrollen dabei verschärfen, kündigt Gesundheitsminister Roberto Speranza an. Wer sich nicht an die Maskenpflicht bzw. die Abstandsregel halte, müsse mit einer Geldstrafe von 400 bis 1000 Euro rechnen. Bei den Kontrollen soll auch das Heer zum Einsatz kommen. Der Senat in Rom hat indes einen Antrag der Regierungsparteien auf Verlängerung des Ausnahmezustandes infolge der Coronavirus-Epidemie bis zum 31. Jänner 2021 angenommen. Diese Maßnahme gibt der Regierung besondere Vollmacht im Kampf gegen die Epidemie. Auch die Abgeordnetenkammer soll am heutigen Mittwoch über den Antrag abstimmen. Premier Giuseppe Conte warnt, dass der Kampf gegen die Epidemie nicht gewonnen sei. Man müsse sich weiter gegen die Ausbreitung der Infektion hart einsetzen.